Da sind wir. Okay, Leute, es geht los. Keine Ahnung. Es ist wie Scribble, glaube ich. Oh, es ist actually wie Scribble, nur geiler. Okay, irgendjemand sucht sich was aus. Seht ihr alles gut? Ah, ihr seht die Zeit nicht da oben, ne? So seht ihr es. Achso, wir müssen raten. Fuck, ich bin doch gar nicht im Modus. Ähm, Bombe. Drei Euro. Kassierer. Das Ding ist, man darf es auch nicht so laut sagen, weil du weißt nicht, welcher von deinem Nachbarn dir zuhört hier. Okay, ich meine... Wir sind immerhin die Zabis Letzter. Zabis Letzter Henki, dann sind wir. Wir kämpfen uns nach vorne. Kein Problem. Jo, wahrscheinlich hat es schon jemand gegessen, oder? Oh, lol. Oh, lol. Das war fix. Das hat uns nach vorne katapultiert, Leute. Und zwar hier. Aber warum stehen da keine Plätze? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechster Platz. Kann ich bei Nick rüberspickeln? Nee, man sieht nichts, was er hat. Ich kann auch mit dieser Tastatur nicht schreiben, Alter. Oh, shit. Wir haben es. Es ist bammlos. Es ist bammlos. Okay, Leute. Wir zählen eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, sechster Platz gehalten. Oh, okay. Wir sind dran mit Malen. Wir nehmen das. Ich darf nicht laut sagen. Ihr wisst, wie es ist. Okay, komm. Oh, guck mal. Krass gewalt. Alle raten uns. Das war nice. Okay, stark, Leute. Oh, Leute. Eins, zwei, vierter Platz. Vierter Platz. Ich begreif das nicht. Du hast ja auch die richtige Farbe ausgesucht, Olli. Oh, mein Gott. Ich werde zu dumm. Was soll ich denn machen, Alter? Olli, du bist scheiße. Das verstehen wir, Leute. So ein fucking Scheiß. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, ich chill mal. Ich mach mir mal ganz kurz den Discord, Leute. Das ist ein bisschen zu dank, was da abgeht. Okay, lass mal kurz diese Runde weiter reinhasseln, okay? Faktik. Ich kann nicht schreiben, ob diese Tastatur... Ich hab geschrieben Gewitter Plus in diese Tastatur. Jetzt hat die sich auch noch ausgesteckt. Jetzt ist es wieder angesteckt. Gewitter Plus einfach. Fuck. Ich hab reingespült. Okay, Leute, wir müssen tryen. Oh, mein Gott. Das war einfach Badel. Leute, zweiter Platz. Ah, nee. Fuck. Nevermind. Nevermind. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ähm. Oh, stark. Der war ganz gut, glaub ich. Der war relativ wichtig. Bei Kevin verkackt hier. Dann droppt er down. Oh, oh, oh. Hä? Hä? Ja. Aber es hat gereicht. Es hat gereicht. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Okay. Hammer. Leute, wir sind richtig am abstürzen. Wo sind wir, Reese? Oh, mein Gott. Wir sind vorletzter, der Gar. Nee, wir müssen Gas geben jetzt. Oh, ich kann nicht schreiben in der Tastatur. Also, Elefant. Oh, ich hab's. Ich hab doch schon. Ist das nicht Elefant? Ich hab's gehört. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hab's. Oh, mein Gott. Man darf es so laut sagen, Alter. Die anderen hören es. Elefant. Okay, wir machen. Das ist, glaube ich, am einfachsten zu erraten. Okay, let's go. Oh, ja. Stimmt, die Gas drauf. Olli, du musst doch wissen. Wir waren gestern Italienisch essen und der Kellner hat so ein Auge auf Olli geworfen gehabt. Das wird mit einem S geschrieben nur? Ja. Wie sonst? Ach so. Oh, mein Gott. Wie Gras wird mit einem S geschrieben? Das ist überrascht. Sonst. Wie dachtest du? Ich dachte, G, R, A, S, S. Ja, Günther vielleicht. Aber nicht das Gras, Mann. Okay, raten. Komm, Leute. Wir sind schnellstern. Oh, das sind nur vier Buchstaben. Ah. Höfe? Oh. Oh. Das war knapp. Kevin schreibt Mohn. Wo war das an? Mohn. Digga, Kevin Mohn ist das, was aus Brötchen oben drauf ist. Spice. Digga, vielleicht wäre es auch Sesam oder so. Keine Ahnung. Laugenbrötchen. Digga, weißt du, aber ich bin Vorletzter. Das ist einfach nur unfair. Oh, mein Gott. Fuck. Ich schau nicht hin. Ich schau einmal hin. Und dann ist es für... Wir haben Olli überholt. Wir haben Olli überholt. Wir haben Olli überholt. Pock, 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 Pock. Entscheid, Leute. Pock. Ähm. Oh, wie heißt der nochmal? Okay, Hammer. Leute, Leute, Sägefisch. Ich habe Sägefisch probiert. Fechtfisch. Schamelein. Otter. Guck mal, Leute. Ey, Leute, wir haben uns vor Olli gekämpft hier. Ähm. Alarm. Oh, Alarm ist, okay. Stark. Alarm. 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 Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was war das denn? Oh, mein Gott. Nein. Das hat uns jetzt... Das hat uns den Platz für Olli gekostet. Nein. 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 Wie schlecht. Fuck. Wir müssen Olli noch überholen. Komm, komm, komm. Nur 100 Punkte. Also nicht mal. Okay, Leute, wir müssen noch die Zeit nutzen. Ich weiß nicht, wie viele Runden wir noch haben. Ich habe hier nicht. Was soll das sein? Bro, ich... Also, ist man da dumm, oder? Wenn man nicht draufkommt halt einfach, bin ich da dumm? Ich check's nicht. Limonade. Oh, mein. Wer benutzt so ein Wort? Digga, schon Limonade. Wer sagt denn Limonade? Äh, ich habe es. Ja, das ist... Oh, das bringt uns... Das bringt uns vielleicht... Das bringt uns vielleicht... No, 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 Leon. Wenn sie es jetzt nicht erräht, dann sind wir nur 40 Punkte weg. Dann können wir noch mal ranschallern. Okay, Leute, komm. Nur 50 Punkte, Unterschied. Jetzt... Oh, nein. Ja, Hauptsache mal wieder vor Zabi. Zabi ist zum zweiten Mal einfach letzter geworden. Der arme Mann. Oh, diese Kopfhörer sind wirklich dick im Geschäft. Leute, ich sag mal, das können wir auf jeden Fall besser fürs nächste Mal, aber Hauptsache jedes Mal vor Zabi gelandet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und gebt einfach nur ein Küsschen in den Kommentaren. Jeder in den Kommentaren. Gebt einem anderen aus den Kommentaren ein Küsschen mit so einem Mund-Emoji. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich küss euch. Bis dann. Ciao. Ciao.